und damit halian und herzlich willkommen hier zu den öPNV news ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen ausgabe leute ja es sind ein paar news da die wollen wir jetzt hier natürlich schnell abarbeiten denn ja die zeit ist knapp denn ihr habt ja gesehen 16 stunden stream das hat natürlich ein bisschen geschlaucht aber ich muss ganz ehrlich sagen es war ein tolles 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 erlebnis das erste mal dass ich auch wirklich 16 stunden am stück mal am pc saß das ist aber da schauen wir mal gehen auf die nächsten tausend zu und denn wenn wir mal schauen was wir da denn anstatt für ein tolles special machen können so aber wir wollen nicht davon quatschen sondern wir wollen natürlich von den neuesten news sprechen und da gab es natürlich wieder einiges und zwar hat lotos natürlich ein neues update veröffentlicht und das ist die version 1 ea 041 hier in diesem update wurden weitere neue features hinzugefügt was natürlich dem ganzen weichen und fahrstraßensteuerung angeht es wurde ganz noch mal ein bisschen mehr ausgebaut ich habe extra mal nachgefragt aber es ist wohl nicht nötig da dementsprechend noch ein weiteres video dazu zu machen das findet ihr natürlich hier alles in der video beschreibung unten da könnt ihr euch das ganze nachlesen es wurden weitere vorbereitung für den multiplayer getroffen für den beta test und der content was neu dazu gekommen ist ist die map diorama die jetzt aktuell in den open source ordner zur freien bearbeitung jetzt beiliegt das heißt ihr könnt jetzt dementsprechend die karte diorama dementsprechend jetzt so anpassen wie das ganze möchtet und könnt diese halt als grundvorlage zum beispiel benutzen so ähnlich wie bei der karte grunddorf in omsi 2 bin mir eigentlich eine relativ coole sache also wer da ein bisschen start schwierigkeiten hat der kann sich jetzt an der karte diorama jetzt dementsprechend bedienen das schöne ist hier wurde das komplette aktuelle übernommen das heißt mit der ganzen weichensteuerung mit der ampelanlagen etc pp also wenn ihr das ganze euch mal anschauen wollte denn wie gesagt startet da einfach die diorama map als nächstes gibt es hier ein neues video von train sim wird ja train sim wird kommt jetzt in der version 2020 jetzt im handel und das ganze ist so ein bisschen wie bei dem train simulator von doof day games hier gibt es wohl jährlich jetzt ein weiteres update allerdings ist das ganze für euch kostenlos sollte die train zum wird schon besitzen bekommt ihr die train wird 2020 edition kostenlos aber die strecken die natürlich neu mit dazu kommen oder die strecken die jetzt in diesem paket enthalten sind und ihr diese nicht habt müsst ihr diese trotzdem weiterhin kaufen in train sim wird 2020 sind die karten great western express main spessert bahn long island railroad northern trends penning und die karte csx heavyhull diese allerdings nur auf dem pc das ganze erscheint am 15 august für den pc und die konsolen und ja das große future in train sim wird 2020 ist ja das neue punktesystem was jetzt damit begriffen wird und des weiteren haben wir hier noch ein neues reisesystem und verbesserte tutorials also das ganze ist jetzt wie gesagt in dem train sim wird 2020 mit enthalten zudem wurde noch eine neue karte angekündigt für die karte also für train sim wird 2020 dabei handelt es sich hier um eine amerikanische strecke und die geht an den westküsten der vereinigten staaten lang die ist allerdings in der digital deluxe edition enthalten also könnt ihr euch dementsprechend wenn ihr euch die digital deluxe edition kauft dementsprechend diese karte eurer eigenen das ganze gesagt am 15 august und wir werden uns das ganze dementsprechend auf jeden fall mal anschauen sieht auf jeden fall sehr vielversprechend aus das nächste was gefunden wurde ist river games hat ein neues addon für den train simulator angekündigt und zwar ist es die gott hartbahn erstfeld und das ganze sieht man jetzt auf den bildern sieht auf jeden fall sehr vielversprechend aus allerdings gibt es hier noch kein wirkliches release datum da muss man noch ein bisschen warten was ganze die gesamtstrecke auf jeden fall ist oder beläuft sich hier auf 110 kilometer und das auf jeden fall sieht wirklich wirklich sehr sehr gut aus wenn das ganze erscheint seht ihr das ganze natürlich hier bei uns auf dem kanal definitiv wenn wir uns da auf jeden fall mal das ganze dementsprechend mal anschauen so und das ist wohl das so ziemlich geilste ever was ich bis jetzt in den news hier gezeigt habe und zwar wurde jetzt auf der seite rail sim de ein addon angekündigt nicht ein addon ein freeware content ein ein neuer content wurde angekündigt und zwar handelt es sich hierbei um die br 485 oder alt dr 270 und man sieht hier auf jeden fall schon das erste das dashboard von der schönen berliner s-bahn das ganze ist natürlich ein absolutes schmuckstück ja also ich freue mich da sehr drauf passt natürlich wunderbar zu dem addon s25 was ja noch irgendwann erscheint ja wo wir die aktuelle straßenbahn natürlich enthalten haben kommt jetzt eine weitere straßen eine uhr eine s-bahn entschuldigung eine s-bahn natürlich eine s-bahn tut mir leid kommt eine weitere s-bahn natürlich die wir jetzt dementsprechend denn auch für diese strecke benutzen können aktuell ist er noch in der relativ frühen phase das projekt beginn begann am 10 7 2009 mit den ersten messungen und am 14 7 sind die ersten texturen angefertigt worden und das ist wie gesagt das einzige bild was aktuell existiert das ganze kommt von raven 103 und wir finden das ganze großartig denn zuletzt gab es natürlich die br 485 noch für die damaligen train simulator von microsoft da konnte man sich das ganze angucken heute natürlich aktuell nicht mehr spielbar auf aktuellen system nur über open rails allerdings funktioniert da dieses addon oder dieser freeware content funktioniert leider nicht mehr richtig und wir freuen uns da sehr drauf dass das ganze jetzt dementsprechend jetzt für den train simulator jetzt von doof day games ganze gebaut wird ich freue mich da sehr sehr drauf und wenn jetzt noch irgendwann der toaster kommt dann bin ich hin und weg auf jeden fall freuen wir uns sehr sehr auf dieses projekt wir werden euch dementsprechend auf den laufenden halten wie das ganze hier weitergeht und ich finde es großartig ihr findet alles hier unten in der video beschreibung packe ich euch den link rein könnt ihr euch das ganze dementsprechend mal so durchlesen er hat nämlich dann auch so eine kleine geschichte dazu gefügt und das ganze wie gesagt ist von den raven und er ist wohl sechs jahre schon trieb fahrzeugführer bei der berliner s-bahn finden wir großartig dann kommen wir zu einem weiteren schönen addon und zwar oder dlc nicht dlc freeware content und zwar handelt es sich hierbei um die wvb typ l plus l und das ganze ist eine straßenbahn für um sie zwar mit dass ihr euch jetzt aktuell runterladen könnt auf um sie wert ist wie gesagt auch dieser link ist wieder unten in der video beschreibung enthalten und ist natürlich super schön einzusetzen auf ganzen straßenbahn strecken wie man jetzt aktuell so hat naja also wir finden dass das sieht echt putzig aus ist echt hübsch geworden und wir haben hier am typen l und l im 1 2 und 3 wagenzug fast alle schalter bedienbar vorbildnahe simulation von rein schlussmotor und nocken fahrschalter vorbildgerechte türsteuerung ki schaffender erkennung von oberleitungshöhe trainern und steigung falls vom map steller verbaut umfangrechte störungs simulation und behebung und das ganze wurde erstellt von make human und ja wie gesagt aktuell jetzt ist diese straßenbahn erhältlich für um sie zwei wenn uns das auf jeden fall hier angucken natürlich hat was mit straßenbahn zu tun bin ich also ganz vorne mit dabei welche strecke wir uns das dementsprechend mal anschauen das muss ich mal gucken allerdings gibt schon reichlich videos von dieser hübschen straßenbahn auf youtube also wenn ihr da nicht länger warten wollt dann könnt ihr da gerne mal selbst bei youtube vorbeischauen oder aber ihr testet das ganze einfach selbst indem ihr euch das runterladet kostet euch kein pfennig dann haben wir noch zu guter letzt eine neue strecke wurde jetzt veröffentlicht und zwar die karte tal v5 von studio 11 diese ist auch auf oben sie webdisk erhältlich und beinhaltet ganz schön viele linien holy shit auf jeden Fall werden wir uns das ganze mal anschauen und diese karte beinhaltet insgesamt 31 tag und drei nachtlinien in der v5 edition 2009 sind 29 linien nachgebaut aktuell die neueste ist hier die 330 von rotenbach nach hettingen bochum und wir haben hier speck höfel busbahnhof nach hasslinghausen mitte und wir haben hier die sb 67 drei hausen enepeberg und wir haben die 639 hindenburgstraße junker weg nach boltenberg und genau das ist es dem einen oder anderen wird das vielleicht aufgefallen sind das gibt ein dlc davon richtig hier in tal 19 habt ihr aktuell diese freeware version die ihr euch hier dementsprechend anschauen könnt also wollt ihr euch dieses diese paar euro sparen die es ja aktuell in den dlc gibt könnt ihr euch das wie gesagt hier mal kostenlos einfach mal anschauen und vielleicht gefällt euch ja sogar besser als das payware produkt weiß ich nicht muss man auf jeden fall mal anschauen wir können ja dementsprechend den 1 zu 1 vergleich machen und das war es auch schon wieder von den news ja ich war heute ein bisschen sehr zuglastig bisschen weniger bus aber so ist das manchmal wir stecken halt immer noch mitten im sommerloch und ja wenn natürlich noch die ein oder andere news dementsprechend kommt werde ich euch hier dementsprechend auf dem laufenden halten aber das soll es für heute erst mal gewesen sein ich hoffe euch haben die news gefallen und wenn ja dann lasst ein like da freue ich mich drüber und sonst schreibt es doch in die kommentare würde ich mich sehr darüber freuen damit verabschiede ich mich hier sagen danke fürs zuschauen tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten mal tschüss